so ich habe jetzt noch mal ich hatte eben gestoppt und jetzt start habe ich noch mal die ladung gestartet bei 81 prozent mal sehen was er jetzt macht ob es unterschied gibt man probiert ja mal also die kommunikation dauert echt lausig lange so wollen wir schauen was das schau mal an das ist sehr interessant das ist sehr interessant jetzt wird er wieder runter das ist die geschwindigkeit ihr so bei 93 prozent normalerweise haben sollte bei 93 und 83 so jetzt breche ich das ganze aber wirklich ab verständlich oder ja warum abklappen ok So, da können wir noch was schauen. Hat denn da überhaupt was? Egal, ich muss das mal an. So, dann schauen wir hier noch mal drauf. So, das ist doch scharf schön, das wäre schön, aha, guck mal an, 78,5, sagt das BMS und das System selber sagt, lalala, lalala sagt es nicht, 82, das ist der Wert, der ins Display gesendet wird und BMS sagt 78,5, so was haben wir noch Temperatur, 37 zu 42, ja, Reichweite jetzt 182 Kilometer, 15 Grad, alles klar, ok.